Hallo Freunde der Füße! Marktführer in Sachen Sterilisation ist die Firma Mellack. Ich bin heute zu Besuch, weil sie für uns Podologen ganz was Spezielles zu bieten hat. Also kommt mit mit mir, wir schauen uns das jetzt mal alles an. Von der Brotdose zum Weltunternehmen. Die Firma Mellack ist ein innovatives Unternehmen in dritter Generation. Neben mir ist Dr. Niklas Gebauer. Die Firmengeschichte ist ja schon sehr lange. Können Sie uns ein bisschen von der Firmengeschichte erzählen? Ja, sehr gerne. Erstmal herzlich willkommen. Wir freuen uns immer über Besuch und werden ein bisschen was erzählen können dazu, wie Mellack entstanden ist, wofür wir stehen, was wir hier so machen. Und es wurde schon richtig gesagt, diese Brotdose ist quasi so ein bisschen der Startpunkt der Firmengeschichte. Jetzt spüren wir mal 70 oder über 70 Jahre zurück. Da ging es nämlich los 1951. Unser Großvater, Alfred Gebauer, hat das Unternehmen gegründet. Eben mit der Idee, nachdem eben Berlin in Schutt und Asche lag, zu sagen, Mensch, wir müssen was tun für die medizinische Versorgung. Denn die Krankenhausinfrastruktur, kann man sich vorstellen, lag brach. Wenn man zum Arzt gegangen ist, war es eben ein riesen Risiko. Und deswegen hat er gesagt, das ist eine gute Marktnische und da können wir auch was Gutes quasi für die Gesellschaft tun, indem wir ja was für die Hygiene tun. Das war also sozusagen das Innenleben des ersten Mellack Sterilisators. Das war ein Heißluftsterilisator. Ganz, ganz simpel. Einfach nur eine Box mit einem Heizelement und eine Außenfassade sozusagen. Und dann hat sich natürlich alles in den letzten Jahren und Jahrzehnten weiterentwickelt. Aber das sind so die die Ursprünge. 70 Jahre ist das also her und mittlerweile sind wir hier immer noch mitten in Berlin, aber mit circa 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und was aber gleich geblieben ist, wir machen immer nur Hygiene. Also wir haben nicht gesagt, wir machen auch noch Stühle für Podologen beispielsweise oder andere Bereiche, sondern unser Bereich ist der Bereich Hygiene. Das ist das, wo wir stark sind. Wir haben einen sehr, sehr hohen Anteil an Forschung und Entwicklung auch in unserem Portfolio, weil wir einfach sagen, die Kunden erwarten von Mellack, dass man innovative Produkte hat, dass man Produkte hat, die langlebig sind, die funktionieren, die schnelle Zykluszeiten haben. Gerade in der Podologie ganz, ganz wichtig, weil man ja eine One-Man-Show oder eine One-Woman-Show ist als Behandlerin und eben auch als die Person, die dann quasi für die Hygiene verantwortlich ist. Man hat ja nicht riesen Praxen, wo man das alles verteilen kann, sondern man belädt den Steri ja häufig auch selber. Man hat manchmal auch nicht so extrem viele Instrumente, sodass also diese Durchlaufzeiten sehr, sehr wichtig sind. Und ja, da haben wir einfach einen hohen Fokus gelegt, immer weiter zu machen, immer weiter zu investieren in Forschung und Entwicklung und haben mittlerweile eben auch ein Portfolio, das nicht nur um den Autokalab sich dreht, sondern wir haben einen Thermodesinfektoren-Siegelgerät, sodass man wirklich alles aus einer Hand von Mellack beziehen kann. Das seit über 70 Jahren und hoffentlich noch viele, viele Jahre und Jahrzehnte weiterhin. Und vor allem auch als Familienunternehmen. Hygiene made in Germany. Wir gucken uns jetzt einmal die Geräte an. Dazu wechseln wir die Szene. Mellack ist eine der innovativsten Firmen geworden. Neben mir ist Markus Anschütz. Er ist Marketingleiter und wird uns jetzt mal beim RDG, beim Siegelgerät und beim Autoklaven ein paar Worte dazu sagen. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen hier in unserer Komfortzone, dem Aufbereitungsraum. Ja, wie du schon gesagt hast, wollen wir als Innovationsführer nicht in einzelnen Prozessschritten denken, sondern wollen den gesamten Workflow systematisch aufeinander abstimmen und so für Podologinnen und Podologen unkompliziertes und leichte Workflows ermöglichen. Und da spielt der Thermodesinfektor oder das Reinigungs- und Desinfektionsgerät eine entscheidende Rolle. Und wie wir dabei helfen können, das gucken wir uns jetzt gerne mal im Detail an. Ja, Melatherm überzeugt, wie man ja hier schon sehen kann, mit einem einfachen Bedienkonzept, mit einem Color-Touch-Display, einem einfachen Dokumentationskonzept, womit man halt alles reproduzierbar dokumentieren kann. Und ganz wichtig, unten in der Schublade sind die wichtigsten Prozessmedien und sogar eine aktive Trocknung ohne Aufpreis mit integriert. So können die Instrumente in podologischen Praxen sauber gereinigt, desinfiziert und getrocknet werden, abgestimmt auf den individuellen Bedarf. Nach dem Reinigen und Desinfizieren werden alle Instrumente eingepackt und dann geht es weiter zum Autoklavieren. Und Mellack hat für uns eine Weltneuheit. Extra für uns Podologen haben sie ein Gerät entwickelt. Markus? Ja und Andrea, wenn du so möchtest, ist es nicht nur ein Gerät, sondern es sind sogar zwei Geräte. Wir haben hier unsere Sterehero Autoklaven neben uns und die Sterehero ist eine Marke. Diese Podologinnen und Podologen ermöglichen die RKI-konformen Aufbereitungsprozesse noch Zeit, Platz und Kostensparen umzusetzen. Und was wir hier haben, ist einmal der große Bruder, Sterehero Podo 18. Also wirklich ein Gerät speziell für die Podologinnen und Podologen. Hiermit kann ich Instrumente sterilisieren, also bis zu sechs Kilogramm in 16 Minuten circa. Und für diejenigen unter euch, die halt noch schnellere Prozesse brauchen, haben wir hier wirklich die Weltpremiere. Und das ist Sterehero Speed Plus, der schnellste Autoklav der Welt und der kann innerhalb von 6,5 Minuten sterilisieren. Daher eine echte Ansage, was halt Geschwindigkeit und Pace angeht. Und es ist ein B-Autoklav. Also für uns Podologen wirklich das beste Gerät, wenn ihr eine kleine Praxis habt. So sieht's aus. Hier bei mir im Werksprüffeld ist Sebastian Gebauer, der zweite Teil der dritten Generation an Geschäftsführer. Sebastian, was geschieht hier im Prüffeld? Ja, hier im Werksprüffeld prüfen wir letztendlich die Sterilisatoren, die wir dann in die Podologie-Studien ausliefern. Nochmal wirklich auf Herz und Nieren. Wir machen keine Kompromisse bei der Qualität und können hier am Tag bis zu 200 Sterilisatoren prüfen. Wir haben hier Musterbeladung, die wir einsetzen. Und dann laufen die Geräte so um die 20 Zyklen im Dauerlauf, bevor wir dann sicher gehen können. Wir haben weder Montagefehler noch Komponentenfehler. Denn ich glaube jeder Podologe und Podologin ist bekannt, Mählack steht für Qualität. Und das zeichnet uns halt auch aus. Also alles auf Herz und Nieren getestet. Qualität steht hier in der Firma ganz, ganz oben. Wir gehen jetzt über den Skywalk. Und zwar gibt es zwei von diesen und wir befinden uns in dem, der in schwindelerregender Höhe ist, im fünften Stock. Hier werden beide Komplexe der Firma Mählack verbunden. Zum einen die Entwicklung und die Produktion und auf der anderen Seite der Customer Service und die Mählack Akademie. So ist man in ein paar Minuten im anderen Gebäude und kann auch noch auf dem Weg dahin eine wunderschöne Aussicht genießen. Wir sind ja hier im Bereich Service. Was bietet jetzt Mählack und Service an beim Kunden? Ja, also wenn man sich für einen Autoklaven entscheidet, dann ist ja nicht nur die Qualität und die Reputation des Unternehmens entscheidend, sondern auch der After-Sales-Service. Also letztendlich geht es ja darum, dass wir hier Sterilisatoren haben, die qualitativ hochwertig sind. Aber es kann natürlich auch mal zu einer Störung kommen oder wenn die Wartung ansteht. Und da bieten wir mittlerweile mit unserem Werkskundendienst mit bundesweit über 30 Servicetechnikern, die wirklich hochqualifiziert sind, ein Top-Service. Das heißt, wir haben eine super Erreichbarkeit. Innerhalb von 24 Stunden garantieren wir, dass wir in der Praxis vor Ort sind und die Störungen beheben können. Wir bieten Wartung, Validierung und Reparaturen alles aus einer Hand. Also das Thema Validierung ist ja auch ein Thema, das die Podologiepraxen betrifft. Und hier haben wir den Vorteil, dass wir durch unser geschultes Personal das auch an einem Termin machen können. Da spart man sich Anfahrtskosten. Und wenn man Wartung und Validierung durch Mählack kombiniert, dann spart man nochmal zusätzlich, weil wir natürlich auch den Benefit davon haben, dass wir das nur an einem Tag machen können durch eine Person. Das ist ganz praktisch. Das heißt, Validierung, Wartung, Reparatur, was notwendig ist, alles von einer Firma, das Gerät natürlich auch. Genau. Und das Schöne ist, dass wir hier die Kollegen auch in Berlin haben oder in Dortmund einfach mal anrufen oder service-at-melag.de. Service-at-melag.de, das ist die Adresse, wo man sich auch mal einen Kostenvoranschlag einholen lassen kann. Und das Schöne ist, bundesweit, egal in welcher Region man seine Praxis hat, wir sind auch vor Ort. Das ist doch praktisch. Alles aus einer Hand. Zu fairen Preisen muss man noch sagen. Gut. Ich glaube, man muss immer wieder berücksichtigen, ja, wir sind wie viele Praxen auch ein hundertprozentiges Familienunternehmen. Und deshalb faire Preise einfach mal einen Kostenvoranschlag einholen. Und dann sieht man, dass Melag da wirklich ein toller Partner an der Seite auch im Servicebereich sein kann. Freunde der Füße, wir sind in der Melag Akademie angekommen. Neben mir ist jetzt Katja Germann. Katja, wer wird hier geschult eigentlich in der Akademie? Wir schulen hier, du wirst es kaum glauben, 1200 Techniker weltweit. Und nicht nur das, sondern wir schulen natürlich auch Podologen und Podologinnen bei uns hier in der Akademie. Und auch dieses Jahr wird der Hygienesamt Podologie bei uns hier in unseren schönen Räumlichkeiten der Melag Akademie stattfinden. Und du wirst als Kino-Speakerin mit vor Ort sein. Zu welchem Thema? Ich freue mich schon riesig. Ich habe das Thema Social Media und was es für uns in der Praxis verbessern kann und wie wir darauf zugreifen können. Denn Social Media ist mittlerweile alltäglich. Deswegen alle anmelden unter? Auf unserer Website auf melag.de. Wir freuen uns auf euch. Unbedingt anmelden. Es sind noch mehr wenige Plätze frei. Genau. Wir sind nun am Ende der ganzen Führung angekommen. Habt ihr irgendwelche Fragen zur Firma Melag? Dann könnt ihr die gerne an meine beiden Co-Moderatoren stellen. Ja, egal ob Service, unsere Produkte oder vielleicht auch Fortbildung. Kommt gerne vorbei, nehmt mit uns Kontakt auf. Wir sind gerne der Partner an eurer Seite. Genau. Dafür meldet ihr euch am besten auf unserer Internetseite an bei events.melag.de. Auch da findet ihr weitere Informationen zu allen weiteren Veranstaltungen bei uns im Haus. Und natürlich Daumen hoch. Liken nicht vergessen. Klickt auch auf die Glocke, damit ihr kein neues Video mehr verpasst. Und wir freuen uns auf euch. Liebe Freunde der Füße. Wir sehen uns aufhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. .